So Leute, willkommen zu den täglichen VIVAX Missionen vom 9.15.2019 Heute gibt es 3 VIVAX Missionen, die müsste wirklich jeder schaffen, wenn er im Brutal ist oder halt in entsprechenden Leveln, aber man muss im Brutal sein weil die sind nur im Brutal heute, mindestens, mindestens so dass jeder hinzieht. So, wo haben wir sie, hier haben wir eine 35, 2er Atlans, dann nochmal auf dem gleichen Level den 3er Atlans, auch nochmal 35 und 64 so, Schutzbunker etwa probieren Macht zusammen 105 VIVAX für heute plus die 50 150 VIVAX zusammen aber, öh Heute gibt es 3 VIVAX Missionen, die auch ziemlich einfach sind also von daher, gönnt euch das das ist easy bis auf ne, 3er Atlas würde ich schon nicht privat machen für den 2er Atlas kann man es riskieren für den Schutzbunker und Geschmackssache aber ich hab jetzt auch keine Mission mehr wo die Leute genervt haben oder so vielleicht hast du das einmal oder zweimal aber sonst in VIVAX Missionen nach Waffen Battle das gab's von mir bis jetzt nur einmal ansonsten ja dann ist morgen jetzt 3 und gute Nacht und viel Spaß bei den VIVAX Missionen 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 und viel Spaß bei den VIVAX Missionen